Hey Leute, David von IDESIGNISH hier und heute erstellen wir uns sowas hier, das heißt so ein Morph-Loop, das heißt wie ihr zwei Objekte miteinander verschmelzen könnt und das dann loopen könnt mit so einer schicken Form. Ich hatte mal vor einiger Zeit ein ähnliches Tutorial gemacht, wie ihr zwei Körper miteinander morphen könnt. Könnt ihr oben, wo der Pfeil ist, könnt ihr es draufklicken, könnt ihr es gerne angucken, weil da basiert das Video drauf. Ich zeige euch natürlich noch alle Schritte, aber damit ihr schon mal wisst, der ist im Endeffekt gleich aufgebaut. Als erstes machen wir uns einen Körper, das ist im Endeffekt egal welcher. In unserem Beispiel machen wir uns einen Würfel. Den Würfel machen wir mal ein bisschen kleiner, 100 mal 100. Jo, dann machen wir uns ein paar Runo rein. Machen wir uns mal, ich denke mal so, joa, 5 sind ganz okay aus. Jo, dann als nächstes, damit wir die zwei Objekte verschmelzen können, brauchen wir das selbe Objekt nochmal. Das heißt, es bringt jetzt nichts, wenn ihr beispielsweise einen Ball hier nehmt, eine Kugel, denn ihr müsst es selber backt haben, damit es halt dieser Übergang auch geschaffen wird. Deswegen, wir kopieren uns das mit S, D, G, C und V. Das Einzige, ich zeige euch mal, ich ziehe das mal hier rum, müsst ihr die Rundungen einfach nur ändern. Das heißt, ihr stellt die auf Max, dann habt ihr quasi eine Kugel, macht die Segmente natürlich auch ein bisschen höher. So, jetzt haben wir eine Kugel, ist aber im Endeffekt trotzdem noch ein Würfel. So, als nächstes machen wir uns einen Kloner. Heißt, wir gehen auf MoreGraph, Klonen und ziehen unsere beiden Objekte hier rein. So, das Einzige, was ihr jetzt ändern tut, bei Klonen, geht ihr bei Klonen auf Überblenden. Und jetzt sehen wir, haben wir schon diesen Übergang. Um das natürlich noch zu kontrollieren, gehen wir hier auf Klonen drauf, nehmen wir uns einen Simple-Factor, heißt wir gehen auf MoreGraph, Factor, Simple. Und jetzt sehen wir schon, es hat sich was getan. Wenn ihr nicht drauf gedruckt habt, also wenn ihr jetzt das seht, über Effector, seht ihr habt den Simple drauf. Wenn ihr das Beispiel nicht selektiert habt, könnt ihr den Effector zwar den auch hinzufügen, allerdings steht denn hier bei Effector nichts. Das heißt, ihr könnt bei Track & Drop den Simple einfach reinziehen. So, jetzt haben wir ja gerade gesehen, die Position hat sich geändert, das wollen wir natürlich nicht haben. Also wir gehen auf unseren Simple drauf, gehen auf Parameter. Wir können jetzt theoretisch Positionen einfach Häkchen raus machen, oder aber ihr könnt es auch mit Null machen, das ist eigentlich egal. Aber ich deaktiviere das einfach mal. So, dann können wir hier mit Klonen ändern, sehen wir schon, es tut sich was. Heißt, jetzt ist es von einer Kugel wird es zum Würfel. Und das ist, was wir haben wollen. Jetzt ist natürlich noch ein bisschen zu gequetscht das Ganze, das heißt, wir gehen auf Klonen, gehen auf Objekt. Zum einen machen wir hier auf der Y-Achse, machen wir mal, ja, 10. Wenn wir das jetzt mal, oh geil, was hat er jetzt gemacht? Ah, ich glaube mal, na, ah, nicht 10, das war es sogar, ne? Nee, ah, jetzt ist es, dann machen wir es per Hand, machen wir 200, okay. Jo, jetzt haben wir das schon ein bisschen auseinander gemacht, brauchen wir natürlich noch ein bisschen mehr, das heißt, wir gehen bei Anzahl auf 10. Jo, ich denke, das ist schon mal so weit, ja, okay, es müssen viele, aber okay, egal. Dann wollen wir es natürlich noch waagerecht machen, das heißt, wir gehen hier auf unsere P-Achse, gehen auf 90 Grad, damit es im 90 Grad Winkel ist und voilà, haben wir das schon mal so hier. Jo, damit wir das noch schön jetzt animieren können, gehen wir auf Simple und wenn wir hier auf Abnahme gehen, haben wir hier verschiedene Formen, die wir erstellen können, das heißt, anhand den Formen bekommt es halt dementsprechend den Effekt. Das heißt, ihr könnt zum Beispiel mal, ja, wenn ihr jetzt einen Würfel habt, dann könntet ihr es beispielsweise von links nach rechts animieren, könntet ihr es halt einfach damit beeinflussen. In unserem Fall gehen wir hier auf unsere Form, das heißt, ihr habt automatisch eine Wellenform. Wenn wir zum Beispiel Play drücken, sehen wir schon, ah, es tut sich was, weil die Farben, die signisieren, das ist halt im Endeffekt der Effekt ist. Wie ihr sehen könnt, haben wir hier, weiß sind die Kugeln und grün sind die Würfel. Jo, deswegen wollen, gucken wir jetzt aber mal, wie wir das noch ein bisschen besser hinbekommen, weil im Endeffekt tut sich momentan ja noch nichts wirklich. Das heißt, wenn wir hier auf Simple gehen und auf Effektor, dann auf unsere Parameter wieder, ja, dann gehen wir wieder auf unsere Position, machen hier auf 0 und unser Y ziehen wir einfach mal, wie wir es haben wollen. Also ich würde beispielsweise mal sagen, keine Ahnung, machen wir mal minus 300 oder plus 300, ist egal. Wenn ihr das Play drückt, seht ihr, ah, es tut sich was. Und das ist auch schön geloopt, das heißt, wenn ihr es jetzt rendert, ist es als Loop gerendert. Ist eigentlich ganz cool, denke ich mal, und auch relativ ohne viel Aufwand erstellt. Was ihr natürlich machen könnt, ist auch ganz cool, ihr könnt zum Beispiel bei Skalierungen, könnt ihr jetzt, ähm, ja, eure Position einfach generell die Skalierung anpassen, zum Beispiel, wenn wir jetzt auf Allgemein skalieren gehen, dann können wir das jetzt zum Beispiel mal hoch skalieren, ist das so. Heißt, ihr habt größere Skalierungen oder auch den Winkel. Wenn ihr auf Winkel gehen könnt, dann können wir zum Beispiel das drehen. Und voilà, haben wir, ja, eine coole Animation. So, ansonsten würde ich sagen, war es das eigentlich auch schon. Und ihr könnt ja gerne mal damit rumspielen, ähm, und ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ihr was gelernt habt, lasst mir gerne einen Daumen nach oben da. Und ihr könnt gerne in den Kommentaren schreiben, was ihr gerne sonst noch haben wollt, als für Tutorials. Ansonsten würde ich mich über ein Abo freuen und ich würde sagen, ciao und bis zum nächsten Mal.